Die Beko Basketball Bundesliga. Spürst du das Dribbeln? Hallo und herzlich willkommen. Die Beko Basketball Bundesliga meldet sich heute hier aus Hagen. Und zwar genau gesagt vom CineStar hier in Hagen, denn heute feiert der Film Phönix in der Aschelpremiere. Das ist die filmische Aufarbeitung der Saison 2009-2010 von Phönix Hagen. Der Film feiert heute seine Kinopremiere und wir waren für sie dabei. Großer Auftritt für das Phönix-Team. Standesgemäß ging es in der Limousine zur Premiere. Zum Beispiel hier Co-Trainer Steven Reed. Der war ebenso dabei wie der Coach der Phönixe. Ja, bei mir ist jetzt Ingo Frey, der Trainer der Hagener. Ingo, hast du denn schon ein kleines Sneak-Preview gehabt von dem Film? Natürlich. Wir haben schon einige Szenen gesehen und auch habe ich natürlich in München den ganzen Film schon gesehen und bin begeistert. Gab es denn Situationen damals, wo du dir auch gewünscht hättest, dass keine Kamera dabei gewesen wäre? Man hat nachher gar nicht mehr so drüber nachgedacht, ob eine Kamera da ist oder nicht. Wir haben uns am Anfang gefragt, ist das gut oder nicht. Dann hat man sich vielleicht die ersten ein, zwei, drei Wochen noch, hat noch Überlegungen angestellt, ist das gut oder nicht. Aber im Endeffekt waren sie so dabei und gehörten so zum Team, dass es dann ganz egal war. Zwei Säle des Kinos waren für die Premiere reserviert. Und unter den Gästen viel Basketball-Prominenz, wie zum Beispiel Henning Hanisch. Ja, Henning Hanisch, ich glaube, niemand in Basketball-Deutschland kann einen Film über Basketball so reflektiert bewerten wie ein Ex-Nationalspieler und studierter Filmwissenschaftler. Und du hast Felix und Asche auch schon gesehen. Ich habe gesehen, du hast eine Kritik für die FAZ geschrieben. Worauf können wir uns heute Abend freuen? Erstmal muss man sagen, dass der Film vor aller großartigen Reflektionen, der Film ist großartig, er dokumentiert ein Jahr von einem Team der BBL, den Hagener, die eine ganz, ganz schwierige Saison hatten. Das konnte niemand vorher wissen, das ist so eine dramatische Saison und das in Bildern einzufangen, ist schon mal schön. Großartig wird es letztlich dadurch, dass uns das an Orte führt, die normalerweise sozusagen der Fernsehzuschauer gerade eigentlich nie sehen kann. So klassische Orte des Profisports, Umkleidekabine, Trainerbüro. Und der Film zeigt uns das und er zeigt auch, wie die Leute leben, arbeiten und da kriegt man sehr viel mit. Und es ist ein rundum sehr gelungener Film. Gelungen war auch die Premiere, bei der der Macher des Films natürlich nicht fehlen durfte. Jetzt bei mir Jens Pfeiffer, der Regisseur des Films. Wie aufregt sind Sie denn vor der Premiere hier in Hagen? Also ehrlich gesagt schon sehr aufgeregt, weil natürlich hier alle Leute sind, die ich von früher kenne. Und deswegen ist man dann schon aufgeregter als jetzt in München, wo es ein Festival war. Und jetzt ist natürlich viel mehr Leute auch als in München. Wenn man Ihnen den Stoff der Saison vorher als Drehbuch angeboten hätte und gesagt hätte, mach da mal einen Spielfilm draus. Hätten Sie das angenommen oder hätten Sie gesagt, nee, also das ist so unrealistisch, das glaubt mir kein Mensch? Ich hätte es nicht gemacht. Auf keinen Fall. Warum nicht? Ja, weil das schon so in der Struktur dramatisch ist, dass man vielleicht im Spielfilm nicht abgenommen hätte, dass es das authentisch ist. Und umso besser ist es für ein Dokumentarfilm natürlich. Was haben Sie denn in dieser Saison mit Phoenix Hagen über den Profibasketball in Deutschland gelernt? Also ich habe gelernt, dass es ein hartes Geschäft ist, dass es aber viele Leute gibt da drin, die enorm viel so Leidenschaft mitbringen. Was vor allem Ingo Freier und Steven Reed, die natürlich enorm leidenschaftlich diese Saison gemacht haben, angeht. Und also ich war einfach total begeistert. Ich wusste auch vieles nicht. Also ich habe sonst immer als Zuschauer da gesessen und dass das so abgeht, in anderen Mannschaften wird es vielleicht noch anders abgehen, aber war schon spannend. Um 19.30 Uhr ging es dann endlich los. Nach einigen Worten von Jens Pfeiffer hieß es Film ab. Wir haben genau fünf Jahre gebraucht und sind wieder in der ersten Liga und die Stadt freut sich da unglaublich drauf. Phoenix in der Asche beschreibt die Saison 2009-2010 der Hagener, ihre Premieren-Saison in der WKWBL. Aus ungekannter Nähe erlebt man das Geschehen auf und neben dem Parkett mit und bekommt einen Einblick in das Geschäft Profibasketball. Dabei steht weniger das Spiel als die Emotionen und inneren Prozesse des Teams im Vordergrund. Jens Pfeiffer ist in guten wie in schlechten Momenten wie ein Teammitglied dabei und gibt einen beeindruckenden Einblick in den Alltag und in besondere Momente einer Basketballsaison. Das Publikum in Hagen ist begeistert, aber wie packen die Protagonisten den Film? Ja Ingo Freyer, Film vorbei. Wie fandst du jetzt die Premiere so, ich meine du hast den Film schon gesehen, hast du ja schon gesagt, aber nochmal so in einem richtig vollen Kino mit den ganzen Fans? Ich war begeistert, vor allen Dingen war es ja interessant an welchen Stellen die Leute mitgehen, Emotionen zeigen, wo sie lachen und an den richtigen Stellen, wie ich fand. Also ich fand die Premiere sehr, sehr gut, ja. Bernd Kruhl, einer der wenigen Spieler, die von damals noch da sind. Wie hat dir denn der Film gefallen? Ja, super war er, geil. Also selbst, wir haben ja die ganze Saison auch live natürlich miterlebt und da sind immer noch Szenen dabei, die man nicht mitbekommen hat und waren schon witzige Sachen dabei. Und ich denke auch, vielen Fans wird das auch gefallen. Matthias Grote bei mir, du warst damals ja auch noch Spieler, wie hat dir der Film gefallen? Gut, also ich war ja schon bei der Premiere in München dabei und es ist einfach immer wieder schön, so eine Saison nochmal emotional zu der ich leben. Man weiß ja, das Ende, das war ja gut und von daher kann man das immer wieder gerne sehen. Was war deine Lieblingsszene im Film, woran hast du dich so am liebsten zurückerinnert? Ach, da gibt es so viele Szenen, die einfach im Nachhinein natürlich lustig anmuten, aber die damals natürlich schon sehr, sehr ernst waren. Aber es ist einfach immer wieder schön, das nochmal wirklich emotional zu durchleben und ich habe noch ein bisschen schwitzige Hände, auch wenn es schon so lange her ist. Aber wie gesagt, am Ende ist es eigentlich am allerschönsten, wo Düsseldorf dann gewonnen hatte gegen Göttingen, was man dann wirklich dort live miterlebt hat. Und da freut man sich immer, immer wieder. Bei mir ist jetzt Jan Pommer, der Chef der BK Basketball Bundesliga. Jan, wie hat dir denn der Film gefallen? Ich bin sehr beeindruckt. Es war ein großartiger Film, der auf der Bühne BK Basketball Bundesliga eine ganz tolle und eindrucksvolle und emotionale Geschichte erzählt. Hast du die Liga denn schon mal aus so einer Perspektive überhaupt gesehen und was macht diese Perspektive denn für dich aus? Also nein, das ist wirklich was ganz Ungesehenes. Das ist ja eigentlich schon fast ein Kammerspiel, wenn man möchte. Fast ein Essay über die Welt, auch abseits des Korts vor allen Dingen. Und das habe ich so noch nicht gesehen. Nicht nur deshalb, weil ich ja ein Stück weit auch außen stehe und außen stehen muss, sondern weil das, glaube ich, auch so noch nie erzählt worden ist. Also das ist, glaube ich, etwas, was nicht nur ein Basketballfan begeistern kann, sondern jeden, der sich für Sport interessiert. Wenn man die ganze Dramatik, die Emotionen, die auch diesen Druck, der da herrscht, sehr gut da wahrnimmt. Mit Phoenix in der Asche und dann auch mit dem Buch von Thomas Plätzinger, das im Januar erscheint, Gentlemen, wir leben im Abgrund. Da kommen jetzt zwei Geschichten aus dem Innersten der Liga in die Öffentlichkeit. Ist das gut für die Liga? Ich finde das großartig, weil man merkt, dass da eben viele tolle Geschichten, viele menschliche Hintergründe zu erzählen sind, dass da ganz viel dahinter steckt, was abseits des Scoreboards und abseits des Parketts geschieht. Ganz viele Emotionen, ganz viele Dramen sich zutragen und das muss berichtet werden, finde ich. Und das finde ich großartig, dass sich da zwei, muss man schon sagen, Künstler dazu bereit gefunden haben, das hier zu machen. Ich hoffe, da kommt mehr von. Vielleicht abschließend noch die Frage, die ich glaube ich inzwischen fast jedem gestellt habe. Was war deine Lieblingsszene in dem Film? Also mir hat es schon besonders gut gefallen, als Jordan da so eine Ansprache gehalten hat in der Kabine. In der Halbzeit die Tür aufgeht, Reed und Freier reinkommen und er dann wortlos rausgeht und nochmal von den Blicken verfolgt wird. Das fand ich schon sehr, sehr groß. Ja, ein mehr als gelungener Premierenabend, der klingt jetzt hier noch außen in einer Kneipe, die den mehr als passenden Namen Feuervogel trägt. Wir verabschieden uns von Ihnen und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal bei der Beko Basketball Bundesliga. Die Beko Basketball Bundesliga. Spürst du das Dribbeln? Der Mal bei der Beko Basketball Bundesliga. Spürst du das Dribbeln? Die Beko strategically. Spürst du das Dribbeln? Vielen Dank.